Jo Leute, willkommen zu einem neuen Giveaway von mir. Diesmal gibt es die AK Redline Field Tested mit 3 Stickern drauf in relativ gutem Lock. Dieses Mal geht das Giveaway nicht eine Woche, dieses Mal wird die AK Verlust bei 1450 Abonnenten. Was ihr machen müsst, kommentiert einfach mit eurer Trade-URL oder wie ihr wollt und ihr seid dabei.